da bei diesen besten in Deutschland und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League und und zwar wieder mit dem Flo hallo in das müssen sie so geklaut ich meine ich hab schon 100 Euro er zu verlassen einer ist Veteranen der andere ist gar nichts da er war sie mir rufen jetzt oder verlassen zu lassen sie ist glaube ich um nur ich habe ich ein Tor gemacht er war so knapp wieder nach machte Vorlage von Fafa gegen die Wand das ist doch nicht dein Ernst du hast ihn so schräg du bist schick gegen die Wand gefahren das nur gegen die Wand fahren müssen weil wenn du wo du hast den schräg gegen die Wand gefahren und dann ist er halt so weit vorgekommen nochmal 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 lass du hast ihn eh verfehlt ich schneide es jetzt rein wie du ihn verfehlt hast hier nochmal die Wiederholung Perfekt ne ich meine ich war auch sauerknapp dran vorbei aber 1 0 nice one war mein Tor ja voll und ganz dein Treffer ja jetzt war ich erster am Ball und der Ball landet bei uns ich liebe diese Logik ist halt Physik nah aber Physik ist ein schönes Fach mit schönen Lehrern ich muss dir dazu gleich noch mal was erzählen nach der Runde alles sei ich vergessen die in der Schule ist ich kriege nicht aber auch nichts anderes erwartet Hilfe ja komm 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 Trevi nochmal gut Weltklapp und jetzt hat er mich outplayed ich gehe so offline ich bin nicht der Ball ja ich sag so Trevi nochmal ne dann dachte ich ok du hast ihn nicht getroffen dann fahr ich zum Ball bist du nochmal 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 du hast gesagt ich soll ihn nochmal treffen dann habe ich ihn nochmal getroffen nein doch nein Replay das ist Spaß ja natürlich mach 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 das so ne Kassvorlage und du bist ein mach ich raste aus oh mein Gott das war zu ja hu ha ich schneide echt deine Fehler nochmal nochmal deine Wiederholung hier guck mal was machst du hä was was mach ich die macht die Vorlage ja du hättest ihn aber safe selbst machen müssen ja und ich bleib hinten ich hab's verstanden innerlich weine ich grad ja glaub ich dir ja der geht der oh man bist du du bist halt echt nur für die Vorlagen zuständig ne nichts anderes ich hab schon mehr Punkte als du weil ich diese ganzen Torschüsse bekommen ne scheiße 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 hast du es grad mitbekommen ich hab mehr Punkte als du ja hab ich schon mitbekommen aber das ist mir doch egal wie viele Punkte aber du musst doch die Tore reinmachen das zählt doch hier dass wir gewinnen dass wir eine tolle Folge haben also ich find die Folge super also ich find die Folge super ja ich find die Folge grad auch super ne aber warum machst du die Dinger nicht rein und ich mach ihn auch nicht tschüss jetzt easy man ich hab keine Vorlage bekommen ja frag dich mal warum ne nein Spaß bitte was guck mal ich werde es dir nicht rein wir hatten mich dann voll weggekickt du ja du bist in mich reingefahren deswegen musst du weggebauernst ja quink mein Auto ist halt einfach so ein Boss Auto ich hab übrigens die äh äh die die Vorschuss ich weiß gar nicht wie das heißt Mann was passiert denn heute ich hab so einen Sprachfehler ne ich bin so behindert heute ähm ich hab übrigens euer Feedback äh nicht zur letzten Folge gelesen denn ich bin grad ein bisschen am vorproduzieren weil wir bald auf Abschlussfahrt fahren der eine ist gelieft Kopf hoch deswegen kann ich ihn jetzt rein machen außer der andere pariert aber er verkackts ähm ja deswegen bin ich grad ein bisschen im vorproduzieren und ähm ja deswegen hab ich das Feedback noch nicht gelesen du musst fahren ich bin eigentlich voll useless alter ja nee denn hättest du machen können aber ok ja dieses Audio Junge das hat so ne Spitze ja eben deswegen hättest du ja machen können ja 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 ich bin nur für die Klicks ich bin nur für die Klicks ich bin nur für die Klicks ja klar auf seine Maustaste oder was jo freilie easy verlassen alle ich weiß es nicht ich bin Wetteran hahaha gehen alle raus alter hm Mann ich weiß gar nicht was ich mach aber irgendwie mach ich alles hm ach danke hm oh das war gut von dir lass 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 ohhhh er hat ihn sogar selbst gemacht ja endlich feine die wow hm da ist sogar auch Wetteran sowas gibt's net ist der einzige wo noch nicht lief sind glaube ich schon ungefähr der ganze Tret ist voll der Tret ist ja wieder ich leck grad bei mir weil die alle lieben ja wahrscheinlich leckt es dann ja ich lag grad Video nein doch wie er ihn abgewehrt hat das ist so unfair der hackt super Mike warum sagst du nix hä was ich dachte nicht dass er geht ja wenn ich sag ja sag doch mach was ich hab nicht mal Nitro gedrückt ich hatte 100 Nitro und hab einfach nichts gemacht ich dachte du siehst es bist du blind ich dachte der geht nicht ja ich hab's auch nur von Weiden gesehen ja aber ich stand so schräg ich dachte ehrlich der geht nicht war gerade so Gott ist das traurig ja komm 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 ja toll ja das kommt schon noch pass auf jetzt ja ich warte ja die Vorlage ist da guck da ist er doch da ist er easy guck dir mal dieses ich bekomm kein verdient verdient das war so ne gute Vorlage ne aber 6 1 läuft doch wir haben grad nur 8 Runden vorher aufgenommen und haben jedes Mal absolut verloren wir mussten es natürlich nur einspielen aber achten bleiben sollen ja das war aber gut siehst du nein doch als ob sie setzt ja lol kotzenlang den hast du einfach nochmal mit mit einer Fahne berührt wahrscheinlich so angehaucht so ha ha ja hm man ich hätte einfach hinten bleiben sollen aber guckt deswegen weiß es sieben eins was wobei wir haben so ein Traurig machen die du es mir echt leid also ein bisschen du es mir echt leid ich bin aber nur da damit du dich alleine bist nein guck mal du hast 630 Punkte mach 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 ja du warst war ich habe sogar meine Vorlage bekommen das sei 760 Punkte du bist da gar nicht unnützt h bist absolut gut h guck dir den Typen an Nao nice geht jetzt geht jetzt mal noch ein Tor easy ihr mach jetzt noch eins kommt nein der wäre drin gewesen hat sich gelegt der wäre der wäre der wäre der wäre echt drin gewesen okay nächste Runde so nächste Runde ähm ja war gar nicht knapp voll konzentriert voll konzentriert ja das will ich aber auch hoffen genau oh nein der der geht so ist der Experte und er haut schon wieder die Schüsse raus tipptopp ein Experten und ein gar nichts ich will auch diesen Taubenbanner haben wie bekommt man den ja wahrscheinlich spielen der Experte der ist besser als gut ich bin mal auch Experten äh oh hast du ihn outplayed ja aber der andere ist schon wieder ja schon wieder hier und point beim erdorfer der Standardauto ne ist klar ja die haben alle diese diese Typen lo also das war ein guter Schuss oder also hallo bist du noch da Allah was ist einfach weg wie krass war das denn ja das war das war einfach so ein krasses Tor gezaubert ja noch eins also ich meine was was ist Experte ne ha 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 Joge was machst du grad das Auto liegt dir ha 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 lol was ich hab einfach kein Glück ha 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 Loll was geht dann ab muss ja auch mal nütz sein nütz 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 naja ich wollte den outplayen aber ich hab's nicht mehr geschafft war hinweg Teamwork wir sind blau richtig ja ja komm mach eine Vorlage was ich bin hier hinten ich hab's gemerkt hinten ist anscheinend ja auch nett doch Bradi bin überall was mhm top ich habe ihn wieder nicht getroffen doch hast du eigentlich ich kann eigentlich jetzt nur dein Video verwenden ne du hast grad zwei von zwei Toren gemacht ja sowas hätte ich in meinem Leben nicht geglaubt echt ich hab's nicht erwartet ja ich hab's jetzt nicht gegen äh so das ist glaubst du es noch nicht mehr eigentlich spielt klar das ist immer noch nicht ja spiel irgend so ein ESL Player für dich warte ich mach ne Vorlage was ok erding jetzt musst du was machen jetzt bist du gefordert und das ist verkackt ne doch ne doch ne lass was diese Absprung den holen den holen den holen den holen den holen was machst du grad was machst du grad was machst du grad nein er geht er geht er eher als deiner was machst du grad ich rach's grad nicht warte mal was was du machst gar alles ja nes demal alter nicht veröffentlicht lorale also da 0 oder also Respekt zu Worte fach sorry wenn jetzt geht nicht einmal bin ich nicht hinten und der Giolein war ich all da ab die es gesehen kreirekt er hat ja wenn du gut bist die mich halt ilgili zwei oder dreimal gamma neue gefahren ja ich hab's gesehen einmal bin ich nicht da alles alles geht was schreibt er ich kann kein Englisch I think playing on very low makes it a lot harder to play on nee ja ne lass das einfach es ist egal halt die Fesseln das ergibt dir auch kein Sinn was er sagt ja ist egal als wenn der jetzt rein wenn er dann wäre ich echt geliebt du bist gerade echt on point also ich muss dir lassen du bist gerade absolut krass crazy scheeze crazy scheeze ja und ich treffe den Ball irgendwie gerade nie ja also der Experte der überzeugt mich hier auch nicht ganz wow ich bin gerade enttäuscht von dir ich weiß ich bin gerade selbst enttäuscht von mir aber ich bin ziemlich hart impressed von dir also enttäuscht von mir so dass ich immer scheiße bin also ja aber dass du so krass bist meine steht 3 2 aber dass du so krass bist ich glaube die waren jetzt auch nicht weltbewegend aber also was ich gerade mache das ist echt traurig das Video muss genau wie ich gerade spielen und so kann schnell nochmal ein Gegentor kommen und lass danke bitte lass mich auch bleiben jetzt mal ein Tor aber also der meyer Experte da der überzeugt mich auch echt nicht ja okay 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 komm komm da hin bei mir pariert er natürlich geht er oh der war fast gegangen er bleibt Tor, bleibt Tor ja Outplayt beide komm jetzt mach die treten mich einfach weg ja Vorlage mhm abgesehen mach was soll ich denn da machen so das da alter das war Junge war da die Vorlage die schneidest du aber mit rein ey das war so teamwork guck mal diese Vorlage ich hab mich so richtig schön endlich auch ein Tor gemacht wow also sorry ich bin grad nicht on point aber dafür bist du krass dann schneiden einfach dann wieder rein das ist ja der Vorteil, dass wir wenn wir beide aufnehmen aber ah, Madsing alter die machen gar nichts der hast du schon aufgegeben naja das hat was geschrieben helmi's rate ist mein Petit Petit du oh to old hä to old at ten nein als ob ich das nicht mach 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 er hat echt scheiße er mich so ist mein pc zu holen 10 er hat um ich bin grad also überwältigt jürger ich treffe den ball bei so einer situation nicht da kommst einfach du und macht ihn rein alle wenn der rhein wäre ein mieter new old keine ahnung okay ich würde sagen das war's ich hab zwar nicht geglänzt aber ich würde sagen wir sind in der nächsten folge nächster sonntag wieder eine folge rocket league haut rein bis dahin lass eine bewertung da wenn es euch gefallen hat und ciao ciao tschüss kinder goodbyes Feel like a tidal wave